Das Ziel von unserem Projekt Multi-Include ist, viel Wissen zu sammeln zum Thema inklusive Pädagogik und inklusive Bildungsprojekte und auch Menschen zusammenzubringen, die sich in dem Bereich stark machen. Wir sind ein Unternehmer von Multi-Include, weil wir verschiedene inklusive Strategien von Unarise finden wollen, finden und verbrechen. Das Ziel von Multi-Include ist, von ausgewählten Projekten zu lernen über Inklusive Education und dieses Wissen möglichst viele aktörer im Bildungsbereich zugänglich zu machen. Mölet für Multi-Include ist, dass Strategien und Modeller für und Bredat Deltagung und Bredat Deltagungen sind, aber auch möglich für verschiedene Niveaer im Skolsysteme. Das langfristige Ziel ist, dass viele mehr zu erhalten für höhere Ausbildung haben. Wir brauchen Sie für uns teilnehmen an unsere Learning Community und unsere MOOC, die live zal gaan in de herfst van 2019. nachdem Untertitelung des ZDF, 2020